Ich bin Lutz Dietzold, der Geschäftsführer des Rat für Formgebung des German Design Council, der 1953 gegründet wurde mit dem Ziel, Design als Wirtschaftsfaktor zu stärken. Der German Design Council ist initiiert vom Deutschen Bundestag und hat mittlerweile mehr als 350 Mitgliedsunternehmen. Wir fördern die wirtschaftliche Relevanz von Design, Marke und Innovation. Wir glauben, dass nur innovative Produkte erfolgreich am Markt sein können, die ein einfaches und verständliches Nutzerversprechen in Kombination mit einer vertrauten Marke haben. Mit unseren Mitgliederaktivitäten und der Newcomer-Förderung unterstützen wir die besten Player weltweit, bringen sie zusammen und beraten sie gleichermaßen. Wir repräsentieren deutsches Design in Kooperation mit Ministerien und dem Auswärtigen Amt auf Biennalenmessen und durch die Zusammenarbeit mit anderen Designinstitutionen und dem Support unterschiedlicher Initiativen weltweit. Dabei ist ein Ziel die Förderung von Verständnis und Weiterbildung im Design, zum Beispiel durch unsere stiftungseigene Bibliothek und unser Engagement und verschiedenen Bildungsinitiativen. Wir fördern die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung von Design und Innovation. Mit unseren Preisen für Design, Architektur, Marken und Innovation informieren wir die Öffentlichkeit über internationale Trends, Entwicklungen in der Gestaltung unserer Lebenswelten. Nachhaltige Strategien sind dabei für die weltweite Wirtschaft von zentraler Bedeutung geworden. Wir fassen die wichtigsten Trends, zum Beispiel den Einfluss von Design auf die Digitalisierung und vor allem auf das dringliche Thema Nachhaltigkeit. Design ist die Brücke und damit Teil der Lösung auf diesem Weg zu nachhaltiger Produktion und Ressourcenmanagement. Wir glauben an Netzwerke, an Austausch von Erfahrung und Wissen. Wir glauben an Design als relevanten Treiber aller globalen Entwicklungen, auch im Rahmen der New European Bauhaus-Initiative, an der wir uns aktiv beteiligen. Deshalb begrüße ich ausdrücklich die Initiative Tegulio Design District, die ebenso mit einem globalen Netzwerk den Impact von Design voranbringen möchte. Ich freue mich, Teil davon zu sein, mich als Botschafter in dieses Projekt und alle kommenden gemeinsamen Aktivitäten einzubringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017